Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Psychiatrische Erkrankungen. Welche Rolle spielen die Gene? Von Professor Markus Nöten. Gehalten am 21. März 2018 im Wissenschaftszentrum Bonn. Ja, ich möchte Ihnen heute Abend über die Rolle von Genen bei psychiatrischen Erkrankungen erzählen. Sie sind herzlich dazu aufgerufen, mich auch zwischendurch zu unterbrechen, falls Sie mal was nicht verstehen. Es ist immer nicht so ganz schwierig, es jedem so recht zu machen und manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen zu schnell, weil es einfach die Wissenschaft ist, mit der man so vertraut ist. Ich bemühe mich aber, den Vortrag doch für alle so zu gestalten, dass ihn im Prinzip auch jeder verstehen sollte. Aber erinnern Sie mich daran, wenn ich es falsch mache. Psychiatrische Erkrankungen. Also wir sehen das hier auch an dem Publikum. Ist ja das Publikum auch wieder reichhaltig oder vielzählig erschienen. Das spiegelt natürlich die Bedeutung der psychiatrischen Erkrankungen. Die sind keine seltenen Erkrankungen, sind es häufige Erkrankungen. Es gibt wahrscheinlich keinen von uns, der nicht in der Familie oder im Bekanntenkreis oder unter Freunden jemanden hat, der eine psychiatrische Erkrankung hat. Vielleicht vor 50, 60 Jahren hätten manche noch gesagt, nein, nein, aber das wäre nicht deswegen gewesen, weil die Erkrankungen nicht da gewesen wären, sondern weil die damals noch mehr tabuisiert waren. Gott sei Dank sprechen wir ja heute über diese Erkrankungen auch sehr viel offener. Und das, denke ich, ist eine Errungenschaft auch der letzten Jahre, dass man sich ganz offen auch in der Öffentlichkeit mit diesen Erkrankungen beschäftigt und hat ihn deswegen auch ein bisschen von dem Stigma genommen. Jetzt muss ich ganz kurz, sorry, umschwenken auf einen anderen, auf den Vortrag. Also der Vortrag, psychiatrische Erkrankungen, welche Rolle spielen die Gene, ist ein großes Thema. Und ich habe das ein bisschen gegliedert in, denke ich, die drängendsten Fragen, die Sie interessieren. Das ist sicherlich die Frage, mit der wir beginnen, was bezeichnet man in der Medizin eigentlich als psychiatrische Erkrankung. Ist ja nicht ganz so einfach wie bei anderen Erkrankungen, die so klar definiert sind, sind die psychiatrischen Erkrankungen ja doch etwas, sagen wir mal, schwammiger definiert. Wie groß ist der Beitrag der Genetik überhaupt bei den wesentlichen psychiatrischen Erkrankungen? Dann denke ich, als Wissenschaftler muss man auch etwas auf die Methoden eingehen und das Konzept der genetischen Forschung eingehen. Wie identifiziert man eigentlich die genetischen Faktoren auf der molekularen Ebene? Und darum geht es ja eigentlich, dass man dort in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht hat. Wie viele Gene tragen eigentlich zu den psychiatrischen Krankheiten bei? Und wie häufig sind die eigentlich in der Bevölkerung? Die Anlagen in den Genen, die dann zu den Erkrankungen ein Risiko vermitteln? Welche genetischen Faktoren sind mittlerweile auf der molekularen Ebene denn wirklich charakterisiert worden? Und was hat uns eigentlich die Kenntnis dieser genetischen Faktoren zum biologischen Verständnis dieser Krankheiten beigetragen? Das heißt, wissen wir heute sehr viel mehr oder mehr über die Biologie dieser Erkrankung als vor Beginn dieser erfolgreichen Identifizierung der genetischen Faktoren. Und wenn man die biologischen Grundlagen einer Erkrankung kennt, lassen sich dann möglicherweise darauf neue Medikamente entwickeln. Diese Frage stellen wir uns dann auch im Lauf des Vortrags. Kann man auf der Basis der genetischen Informationen eine genetische Diagnostik durchführen? Kann man also einem Patienten dann einen Gentest sozusagen unterwerfen und die Diagnose damit bestätigen? Lässt sich die genetische Information sinnvoll zur Voraussage einer späteren Erkrankung einsetzen? Das interessiert die Menschen natürlich auch immer. In Familien zum Beispiel, wenn man ein Kind hat oder einen jüngeren Erwachsenen, der ein erhöhtes Risiko hat wegen einer familiären Belastung. Kann man das jetzt vielleicht genetisch genauer bestimmen? Macht das überhaupt Sinn? Das versuchen wir auch am Ende zu beantworten. Und was auch durch die molekularen Befunde noch mal sehr in den Blick geraten ist, wie verwandt sind eigentlich die psychiatrischen Erkrankungen? Wir sprechen in der Medizin immer von solchen distinkten Diagnosen. Aber vielleicht stimmt das ja auf der molekularen Ebene überhaupt nicht. Vielleicht sind diese Erkrankungen eigentlich durch ganz ähnliche Faktoren bedingt. Und diese Diagnosen, die haben die Mediziner sich eigentlich so ein bisschen eingebildet. Also die Grenzen dieser Diagnosen. Diese Fragen versuchen wir heute hier in dieser nächsten Stunde zu beantworten. Was bezeichnet man in der Medizin als psychiatrische Erkrankung? Und da gibt es sehr viele verschiedene diagnostische Manuale, die man verwendet, um zum Beispiel eine Depression eine Depression zu nennen. Das am weitesten Verbreitete ist das Manual der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft, was eigentlich international die Standards gesetzt hat. Da gibt es viele Neuauflagen und das geht sogar bis in die breite Öffentlichkeit dann die Diskussion, welche Diagnosen jetzt mit hineingenommen werden, welche Diagnosen hinausgenommen werden, dann nicht mehr als psychiatrische Erkrankung klassifiziert werden. Und jede Neuauflage wird wirklich auch bis in den Spiegel hinein diskutiert. Also ist gesellschaftlich auch relevant, wann man eine Störung auch als eine psychiatrische Störung dann die behandlungsbedürftig ist, im Einzelfall bezeichnet. Und wenn wir mal, und darauf werde ich im Weiteren auf diese Erkrankung ein bisschen näher eingehen, wenn man dann die Gruppe der Psychosen betrachtet, das sind so die größte Gruppe der psychiatrischen Störungen, die auch häufig ja schwerere Erkrankungen sind, dann umfasst das Erkrankungen aus dem Schizophreniespektrum, früher als Schizophrenie bezeichnet, heute bezeichnet man das aber mehr als mit einem, oder gibt man da mehr so einen Spektrumbegriff, weil letztendlich das auch eine sehr vielgestaltige Krankheit, und man mit diesem Spektrumsbegriff auch diese Vielgestaltigkeit abbilden möchte. Dann bipolare und verwandte Störungen, depressive Störungen. Das Problem ist bei den psychiatrischen Erkrankungen bis heute, dass man die Diagnose auf der Basis von Symptomen stellt. Das heißt, Symptome mit einer bestimmten Qualität müssen vorhanden sein, also bei einer Depression zum Beispiel die Zurückgezogenheit, die Veränderung des Affekts, die Veränderung der Gemütslage. Dann muss es eine gewisse Dauer sein, in der dieses Symptom beobachtet wird. Das macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt nur mal einen Tag mich depressiv fühle oder ob das über mehrere Wochen anhält. Dann ist das vielleicht schon eher behandlungsbedürftig. Und was wichtig ist auch, ob es zu sozialen oder beruflichen Leistungseinbußen kommt. Das ist auch ein schöner Parameter, wo man sieht, wie stark eigentlich jemand beeinträchtigt ist, wenn er nicht mehr im sozialen Umfeld funktioniert, auf der Arbeit nicht mehr funktioniert. Das sind auch Kriterien, die man für die psychiatrischen Erkrankungen heranzieht. Das klinische Bild, wie ich es vorhin schon bei den Erkrankungen aus dem Schizophreniespektrum erwähnt hatte, ist sehr variabel bezüglich des Erkrankungsbeginns, bezüglich der Symptomatik, aber auch bezüglich des Verlaufs. Man hat Verläufe, die sind sehr gutartig, dass die Patienten eigentlich nur eine Episode einer psychiatrischen Störung haben. Und manche Patienten leiden aber das ganze Leben eigentlich an einer psychiatrischen Erkrankung. Das heißt über viele Jahre. Also wir haben es hier mit einem klinisch sehr variablen Bild zu tun. Ein Diagnosewechsel ist auch möglich. Das heißt, wenn ein Patient zum Beispiel eine Depression hat und im Laufe der Erkrankung dann eine manische Phase entwickelt, dann wechselt er die Diagnose, dann hat er keine Depression mehr, sondern eine manische Depression, das heißt eine bipolare Störung. Auch ein Wechsel von einer depressiven bzw. bipolaren Störung zu einer schizophrenen Störung ist möglich. Das heißt, es gibt auch im Verlauf der Erkrankung durchaus einen Wechsel von Diagnosen. Nein, das geht nicht in beide Richtungen, weil wenn man einmal manische und depressive Symptomatiken gehabt hat und damit die Kriterien einer bipolaren Störung erfüllt, dann kann man nicht mehr nur eine Depression haben. Weil die manische Phase einfach im Laufe des Lebens irgendwann mal aufgetreten ist und damit qualifiziert man für die bipolaren Störungen. Genauso auch für den Wechsel von depressiver bipolaren Störungen zu schizophrenen Störungen. Aber es ist eine wichtige Frage. Also es gibt, deswegen diese Erkrankungen basieren also auf diesen Symptomen, auf der Dauer der Symptome, der Leistungseinbußen und es gibt leider keinen Labortest zur Bestätigung der Diagnose. Das unterscheidet die psychiatrischen Erkrankungen auch eigentlich von den meisten anderen Erkrankungen, mit denen wir in der Medizin zu tun haben. Weil bei den meisten Erkrankungen, da wissen Sie, Sie gehen zum Arzt und gleich wird erstmal Blut abgenommen und es wird eigentlich die Diagnose dann auch häufig durch einen Bluttest gestellt oder zumindest unterstützt. So wie häufig sind diese Erkrankungen? Die schizophrenen Störungen sind etwa 1%. Das bedeutet, etwa 1% der Bevölkerung erkranken im Laufe des Lebens an einer Schizophrenie. Das heißt, das sind Lebenszeithäufigkeiten. Bipolare Störungen, 2% ist etwas häufiger. Und insbesondere bei der depressiven Störung hängt es sehr von der Definition ab. Viel von dem, was man in den Medien auch immer wieder hört, über das häufige Auftreten von Depressionen ist sicherlich auch durch unterschiedliche diagnostischen Kriterien bedingt. Es gibt sicherlich auch Effekte, dass manche Erkrankungen häufiger auftreten, aber viel ist eigentlich einem Wechsel an diagnostischen Kriterien geschuldet. Ich bin selber sozusagen hauptsächlich noch aufgewachsen mit einer Zahl von etwa 5% hier. Und dann hat man die Kriterien doch relaxiert, hat auch die, die nur eine Episode haben, einer Depression mit hineingenommen und dann kommt man auf diese 10 bis 15%. Es gibt Geschlechtseffekte. Manche dieser Erkrankungen sind in dem einen Geschlecht etwas häufiger als in dem anderen Geschlecht. Bei den schizophrenen Störungen hat man etwas mehr Männer betroffen als Frauen betroffen. Bei den bipolaren Störungen ist das Geschlechtsverhältnis ausgeglichen. Und bei den depressiven Störungen hat man doch erheblich mehr Frauen als Männer betroffen. Das typische Alter bei Erkrankungsbeginn unterscheidet sich auch etwas. Und das hat auch ein bisschen Einfluss hinterher auf die Genetik, wie wir später sehen werden. Bei den schizophrenen Störungen hat man ein typisches Erkrankungsalter durchaus schon im zweiten Lebensjahrzehnt. So dieser typische junge Mann sozusagen, der noch in der Schule ist und dann so einen Leistungsknick erfährt, sich sozial zurückzieht und eigentlich nur noch in seinem Zimmer sitzt und nicht mehr rauskommt und ganz verflacht über die Monate. Das ist zum Beispiel eines jungen schizophrenen Patienten und eine ganz typische Situation. Die bipolare Störung etwas später und die depressiven Störungen dann noch etwas später. Wie groß ist jetzt der Beitrag der Genetik zu diesen Erkrankungen? Man könnte ja sagen, dass diese Erkrankungen eigentlich, und da gab es auch mal wirklich ganz kritische Strömungen, so in den 60er, 70er Jahren noch, die gesagt haben, dass die psychiatrischen Erkrankungen eigentlich nur im Auge des Betrachters Störungen sind und eigentlich eine Einbildung der Psychiater sind. Dann hätten die aber keine Erblichkeit, diese Diagnosen. Dann hätten die ja nur was mit dem Psychiater zu tun und nichts mit dem Patienten zu tun. Der Hinweis auf die enorm hohe Erblichkeit weist eigentlich, dass diese doch etwas vielleicht auch unsicheren Konstrukte, die rein auf Symptomen basieren, eigentlich eine starke biologische Basis haben. Und wenn man das dann anschaut, erstmal jetzt bei erstgradig Verwandten, also in Familien, die Genetik drückt sich natürlich dadurch aus, dass eine Häufung der erkrankten Familien auftritt, dann sieht man bei den schizophrenen Störungen hier mit dem allgemeinen Risiko verglichen von 1% bei erstgradig Verwandten das Risiko auf 10% erhöht, also zum Beispiel bei Geschwistern von Betroffenen oder bei Kindern von Betroffenen. Und für die bipolare Störung liegt das noch etwas höher, 10 bis 15% und bei der depressiven Störung ist das in etwa verdoppelt. Ja, das heißt, man hat hier eine gewisse familiäre Häufung. Gut, man könnte sagen, eine familiäre Häufung, die deutet, kann auch bedingt sein, dadurch, dass die Umgebungsfaktoren geteilt werden in Familien. Und deswegen hat man klassischerweise dann Zwillingsuntersuchungen gemacht, um im Zwillingsvergleich, also im Vergleich der Eineigen mit den Zweieigenzwillingen, dann den genetischen Beitrag noch genauer abschätzen zu können und einen Einfluss von Umgebungsfaktoren auszuschließen. Und dann kommt man, wenn man diese Studien zusammenfasst, auf einen hohen erblichen Anteil, 70 bis 80% bei den schizophrenen Störungen, bei den bipolaren Störungen in einer ähnlichen Größenordnung. Nur die depressiven Störungen, die sind dann doch etwas weniger erblich. Die Depression ist etwas sehr Unspezifisches und dann im Einzelfall doch auch durch Umgebungsfaktoren stärker bedingt und hat dann eine Erblichkeit von 30 bis 40%. Was man eins, wenn man diese Zahlen hört, im Hinterkopf behalten muss, das sind Durchschnittswerte. Das heißt, das sagt nichts aus über den einzelnen Patienten. Und auch nichts aus über den einzelnen Familienangehörigen bei Ihnen. Das sind durchschnittliche Schätzungen und da gibt es eine erhebliche Varianz. Das heißt, beim einzelnen Patienten mag der genetische Beitrag, wenn zum Beispiel eine hohe familiäre Belastung vorliegt, sehr viel höher sein. Als beim anderen, wo es gar keine familiäre Belastung gibt. Das heißt, das sind durchschnittliche Werte und wir haben hier doch erhebliche Unterschiede zwischen den Individuen. Heute können wir das noch nicht richtig unterscheiden, den Einzelfall, aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Wie identifiziert man jetzt die genetischen Faktoren auf der molekularen Ebene? Und da hat die ganze genetische Forschung bei multifaktoriellen Krankheiten, also bei den Volkskrankheiten, und die psychiatrischen Erkrankungen zählen zu den Volkskrankheiten wegen ihrer Häufigkeit, aber auch wegen ihrer multifaktoriellen Genese enorm profitiert von der Entwicklung in der Genomforschung. Und das hat begonnen natürlich, oder mit einem Meilenstein sozusagen begonnen, 2001 die Veröffentlichung der Erstsequenzierung des menschlichen Genoms. Und manche dachten, ja damit haben wir doch alles aufgeklärt. Das menschliche Genom ist einmal sequenziert worden mit einem Riesenaufwand, hat damals über eine Milliarde Dollar gekostet. Aber was uns interessiert als Genetiker, die an Krankheiten forschen, ist, warum erkrankt eigentlich der eine, die eine Person, und die andere nicht? Das heißt, wir sind an den Unterschieden zwischen Menschen interessiert. Und was wir dafür kennenlernen müssen, müssen wir überhaupt erstmal verstehen, wie variabel ist eigentlich das Genom in der Bevölkerung, in Europa, in anderen Populationen. Und das waren die nächsten Bemühungen hier, zum Beispiel das berühmte HapMap-Projekt und dann das 1000-Genome-Projekt 2005, 2010. Da ging es um eine systematische Charakterisierung und Kattierung der Variabilität. Das heißt, man wollte erstmal verstehen, wie variabel ist eigentlich das menschliche Genom, wie unterscheidet sich ein Genom vom anderen und wie unterscheiden sich die Genome dann auch in einer Population. Und dann im nächsten Schritt, dann kennt man das Genom und kennt die Variabilität des Genoms, aber was macht eigentlich die einzelne genetische Variante? Was hat die für funktionelle Auswirkungen? Was hat die für Auswirkungen auf welche Proteine und welche Rolle spielen diese Proteine? Das ist natürlich dann nochmal ein Schritt der Aufklärung der funktionellen Bedeutung des Genoms, der in den nächsten Jahren sehr systematisch unter anderem mit dem Endcode-Projekt vorgenommen wurde. Und wir sind in dieser Phase sozusagen der systematischen Aufklärung der funktionellen Bedeutung immer noch sehr aktiv in der Wissenschaft, aber auch hier bei der systematischen Charakterisierung und Kattierung der Variabilität. Wir haben in Deutschland kein Genom-Projekt. Es wird gerade eine EU-Initiative gemacht, wo wirklich bis ins kleinste sozusagen Land in Europa repräsentative Gruppen aus der Bevölkerung komplett durchsequenziert werden. In Deutschland haben wir das nicht. Das ist ganz interessant. Wir haben uns da irgendwo aus dieser Entwicklung so ein bisschen ausgeklingt. Wir finden das in der genetischen Forschung extrem bedauerlich, dass es diese Initiative sozusagen nicht gibt. Aber gut, es ist auch nicht das letzte Wort, da sicherlich gesprochen. Irgendwann wird das natürlich kommen. Aber es wäre eigentlich schön, wenn man da früh bei der Entwicklung dabei wäre. Es gibt zum Beispiel ein Iranom, im Iran zum Beispiel eine populationsbasierte Betrachtung, wo man einfach ein paar hundert Menschen aus der Bevölkerung genommen hat und dann wirklich vollständig sequenziert hat, um die Variabilität dieser Bevölkerung zu verstehen. In Deutschland haben wir kein gleichartiges Projekt. Ich finde das relativ beschämend. Wie sieht jetzt die Variabilität im menschlichen Genom eigentlich aus? Es gibt ganz viele Stellen im menschlichen Genom, die irgendwie in der Bevölkerung variabel auftreten können. Und die häufigste genetische Variante ist zugleich auch die kleinste Form der genetischen Variation, nämlich der Austausch einer einzelnen Base. Das menschliche Genom umfasst ja etwas mehr als drei Milliarden Basenpaare und viele dieser Stellen treten in der Bevölkerung variabel auf und die sind charakterisiert einfach durch einen Austausch einer einzelnen Base. Und wir sehen das hier in dem Vergleich dieser Sequenzen. Hier ist eigentlich alles identisch bis auf diese Stelle, wo ein C hier gegen ein T ausgetauscht ist. Das ist die kleinste Form der Variabilität. Es gibt dann aber auch größere Formen der Variabilität. Also dass hier zum Beispiel drei Basen eingeschoben worden sind, die hier in der entsprechenden anderen Genomkopie nicht vorhanden sind. Oder zum Beispiel größere Bereiche, die dann dupliziert sind, wo ein bestimmter Abschnitt sich dann nochmal wiederholt in der einen Variante des Genoms. Und das bezeichnet man dann als Kopienzahlvarianten. Das heißt, hier unterscheidet sich sozusagen ein Abschnitt von der Zahl der Kopien im menschlichen Genom. Ich erwähne das, es hört sich jetzt so ein bisschen technisch an, aber es hat hinterher doch Bedeutung, weil diese Art von Varianten, diese Kopienzahlvarianten, sind ein Einstieg in die Diagnostik bei psychiatrischen Erkrankungen. Was man grundsätzlich sagen kann, je größer eine Variante im menschlichen Genom, das heißt, je mehr Basen sie umfasst, aber natürlich auch wieder nur im Durchschnitt als Tendenz, desto eher hat sie funktionelle Auswirkungen, desto stärker ist natürlich auch der Selektionsdruck da drauf. Und damit auch eine im Durchschnitt geringere Häufigkeit in der Bevölkerung im Vergleich zu diesen Einzelbasenpaar austauschen, die vom funktionellen Effekt im Schnitt geringer sind und deswegen sich auch länger in der Population erhalten und damit auch eine Häufigkeit annehmen. Der Durchbruch ist eigentlich bei der Analyse, der genetischen Analyse der psychiatrischen Erkrankungen seit nicht mehr als zwölf Jahren gekommen. 2005 war ein internationaler Durchbruch bei der Analyse der Volkskrankheiten auf der genetischen Ebene und das war durch Einführung einer Methode und das war die Methode der genomweiten Assoziationsstudie, weil mit dieser Methode man die häufigen Varianten im menschlichen Genom, die es in der europäischen Bevölkerung gibt, auf kleine Chips aufgebracht hat und dann sehr systematisch untersuchen konnte bei vielen Personen. Und das hat die ganze Forschung in dem Bereich revolutioniert. Vorher konnte man nur sehr fokussiert, bestimmte Gene, von denen man einen Verdacht hatte, dass sie bei einer Erkrankung eine Rolle spielen, sequenzieren. Diese Methode hat den ganzen Ansatz auf eine systematisch genomweite Ebene gehoben. Was macht man hier? Man untersucht also mit diesen kleinen Chips und wir prozessieren bei uns allein von diesen Chips. Im letzten Jahr haben wir 80.000 dieser Chips prozessiert bei uns im Labor um dann auch mal eine Größenordnung zu geben und vergleicht dann diese Allelfrequenzen, das heißt die Häufigkeit dieser Varianten an allen möglichen Stellen im menschlichen Genom zwischen großen Patienten und Kontrollkollektiven. Und wenn dann Unterschiede der Häufigkeiten zwischen Patienten und Kontrollen vorliegen, dann ist das ein Hinweis, dass an dieser Stelle im menschlichen Genom eine funktionelle Konsequenz oder ein funktioneller Effekt dazu führt, dass einer eher erkrankt als der andere. Das heißt, hier ist, ohne dass wir jetzt eigentlich genau was über die Biologie wissen, haben wir aber eine Stelle im menschlichen Genom identifiziert, die für die Entwicklung der Erkrankung verantwortlich ist. Und so kartiert man eigentlich systematisch mit diesen Studien die Biologie dieser Erkrankung, ohne dass man jetzt in diesem Moment die Biologie wirklich vollständig verstanden hätte, aber ist der Ansatzpunkt, um die Biologie dann vollständig zu verstehen. Den Durchbruch muss man auch vielleicht vor dem Hintergrund verstehen, dass bei dem Psychiatrischen, was kennt man immer über Krankheiten, wie die entstehen. Im Wesentlichen bei den psychiatrischen Erkrankungen basierte das Wissen über die Biologie dieser Erkrankung auf dem Funktionieren der Medikamente. die man häufig durch Zufälle gefunden hatte. Da hat man gemerkt, das wirkt zum Beispiel bei einer Depression und was man im nächsten Schritt gemacht hat, hat man aufgeklärt, wo binden diese Medikamente an welche Rezeptoren und was macht das dann biologisch in der Zelle. Und so hat man sich dann zum Beispiel die Serotonin-Hypothese oder die Dopamin-Hypothese bei den psychiatrischen Erkrankungen erschlossen. Das war aber ein ganz begrenzter Einblick in die Biologie dieser Erkrankung über die Wirkweise der Medikamente. Und jetzt hat man das erste Mal einen ganz systematischen Blick, wo eigentlich der biologische Raum überhaupt nicht mehr eingeschränkt ist, sondern man genomweit schaut und alle biologischen Faktoren gleichzeitig in den Blick nimmt. Das ist der große Vorteil dieser Methoden. Und wenn ich Ihnen hier diese Karte gezeigt hätte, das sind die Chromosomen, schematisch dargestellt, und jeder dieser Punkte sind Befunde zu Volkskrankheiten, wo also genetische sozusagen Regionen oder genomische Regionen hier mit einer Krankheit in Zusammenhang stehen, wenn ich Ihnen diese Karte 2004 gezeigt hätte, wäre sie weitgehend leer gewesen. Das heißt, wir haben in den letzten Jahren, in den letzten zwölf, dreizehn Jahren, eine Flut sozusagen von Erkenntnissen erzielt über den Beitrag von bestimmten Regionen im menschlichen Genom, die zu Volkskrankheiten beitragen. Und gar nicht so wenige davon tragen auch zu psychiatrischen Erkrankungen bei. Es hat ein bisschen länger gedauert, weil es ein bisschen komplizierter ist. Und warum es das so ist, erkläre ich Ihnen gleich. In der Zukunft wird es natürlich so sein, dass man, also in der längeren Perspektive, dass diese Form der Chips abgelöst werden durch direkte Sequenzierungsverfahren. Dass man die Menschen einfach gleich komplett sequenziert und sich nicht darauf beschränkt, mit solchen Chips die häufigen Varianten im menschlichen Genom anzugucken. Das ist eine sehr günstige Methode. So ein Chip kostet heute pro Person etwa 30, 35 Euro. Das war am Anfang 500, als man begann. Und jetzt etwa 30 Euro. Aber was natürlich immer billiger wird, ist die Gesamtsequenzierung des menschlichen Genoms. Und da ist es auch ganz interessant, wenn man hier diese Kurve sozusagen betrachtet, das sind die Kosten, die pro Sequenzierung eines menschlichen Genoms anfallen, dann hat das eine enorme Entwicklung oder ist da eine enorme Entwicklung in den letzten Jahren zu sehen. Und typischerweise werden ja eigentlich die Wissenschaftler dafür kritisiert, dass die Vorhersagen, die sie machen, zu optimistisch sind. Nach ein paar Jahren kommt dann die Öffentlichkeit oder die Journalisten auf die zu und sagt, sie haben doch vor zehn Jahren gesagt, dann in zehn Jahren haben wir das und das. Das ist aber gar nicht eingetreten. Die Vorhersagen in der Genomforschung waren alle zu konservativ. Warum? Weil man zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ahnen konnte, was für disruptive Entwicklungen in den Technologien auftreten. Das heißt, technologische Sprünge konnte man gar nicht so absehen und die haben dafür gesorgt, dass das Ganze viel schneller ging, als man dachte. Und wenn man jetzt hier diese Entwicklung des Preises, der Sequenzierung eines menschlichen Genoms sieht, dann ist es also innerhalb von, ich hatte Ihnen am Anfang gesagt, hat es über eine Milliarde sozusagen gekostet, auf jetzt etwa 1000 Dollar runtergegangen. Innerhalb doch einer relativ überschaubaren Zeit, 2001 bis heute. Und es wird weiter runtergehen, es wird dann in ein paar Jahren nur noch ein paar Dollar kosten. Also diese Entwicklung ist enorm. Wir sind natürlich dann als Wissenschaftler erst mal froh, dass man diese wirklich wichtige sozusagen Datenebene so günstig akquirieren kann. Aber es hat natürlich auch Bedeutung, dass man sehr viel mehr Informationen über jeden von uns erhalten wird, wenn man schnell auch im medizinischen Kontext eine solche Sequenzierung vornimmt. Wie viele Gene tragen denn zur Entwicklung psychiatrischer Störungen bei? Und wie häufig sind die Risikovarianten denn in der Bevölkerung? Also das hängt ganz davon ab, wie komplex, wie biologisch komplex das betroffene Organ bei einer Krankheit ist. Und mir ist klar, diese Einschätzung teilen wir alle, die Leber ist ja ein tolles, kompliziertes Organ und die Niere ist auch ein tolles, kompliziertes Organ, aber das Gehirn, das ist noch ein bisschen komplizierter. Und deswegen tragen auch bei Erkrankungen, bei psychiatrischen Erkrankungen, weil da viele verschiedene Bereiche des Gehirns auch betroffen sein können, mehr Gene bei, als bei einer Erkrankung einer Volkskrankheit, die zum Beispiel die Leber betrifft. Das heißt, die biologische Komplexität des Gehirns ist groß und deswegen ist die Zahl der Gene, die hier bei diesen Erkrankungen involviert sind, auch groß. Was natürlich zusätzlich reinspielt, ist das Phänomen der Heterogenität. Das heißt, wenn wir in einer Diagnose unterschiedliche Krankheiten zusammenfassen, weil wir die auf der Symptomebene nicht unterscheiden können, die aber biologisch durch unterschiedliche Ursachen verursacht sind, wir aber keine Möglichkeit haben, in unseren Untersuchungen, weil wir die Biologie noch nicht kennen, die zu trennen, dann haben wir immer so einen Sammeltopf von Erkrankungen. Die laufen unter einer Diagnose und so ist das bei psychiatrischen Erkrankungen sicherlich auch. Das heißt, was ein bisschen schon darauf hinweist, ist natürlich, dass es eine erhebliche klinische Variabilität gibt bei dem Patienten. Das deutet schon darauf hin, dass möglicherweise auch eine erhebliche biologische Variabilität diesen Erkrankungen zugrunde liegt. Wie häufig sind denn jetzt eigentlich diese Anlagen für diese psychiatrischen Störungen in der Bevölkerung? Und das hängt ganz stark davon ab, wie der Selektionsdruck auf die Erkrankung ist. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, im Extrem, es handelt sich um eine Erkrankung, wo die Patienten sich nie reproduzieren, weil die Erkrankung im Kindesalter zum Beispiel auftritt, so schwer ist, dass es nie zur Reproduktion kommen kann und es trotzdem eine 100% genetische Erkrankung, eine dominante Erkrankung, dann ist diese Erkrankung immer auf neue Mutationen zurückzuführen. Das heißt, die Mutationen sind auch ganz selten. Es müssen immer neue Mutationen auftreten, damit es zu Erkrankungen kommt. Das heißt, wenn der Selektionsdruck groß ist, das heißt, die Reproduktionsraten bei einer Erkrankung niedrig sind im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung, dann erwartet man auch mehr seltene Mutationen, die dazu beitragen. Wenn kaum ein Effekt auf die Reproduktion zu beobachten ist bei der Erkrankung wird der Anteil der häufigen Mutationen größer sein. Und wenn man das hier sieht, jetzt haben wir die drei Gruppen, die wir vorhin schon angesprochen haben, Schizophrenestörungen, Bipolare Störungen und Depression, dann sehen wir auch, dass die Effekte der Reproduktion, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr große Studie, ist die größte Studie, die jemals gemacht worden ist aus skandinavischen Registern, auf der Basis skandinavischer Register, wo man dann die Reproduktionsraten sehr schön beurteilen kann. Dann sieht man das doch, dass bei den Schizophrenenstörungen die Reproduktionsrate gegenüber 1 stark reduziert ist, bei Bipolarenstörungen etwas reduziert ist und bei der Depression eigentlich kaum betroffen ist. Das heißt, wir erwarten einen stärkeren Beitrag von seltenen Mutationen, das Auftreten auch von neuen Mutationen bei psychiatrischen Störungen. Natürlich kann es auch Effekte geben, dass Varianten, die zu einer Krankheit beitragen, in der Allgemeinbevölkerung unterhalb der Schwelle der Erkrankung Vorteile bieten. Das ist eine andere Dimension, die eine Rolle spielen kann. Und da gibt es natürlich auch Hypothesen bei psychiatrischen Erkrankungen, dass wenn ich zwar die Anlage trage, aber nicht das Vollbild einer Erkrankung habe, das mit der Anlage vielleicht aber durchaus einen Vorteil verbunden ist. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, warum gibt es überhaupt die Anlagen für eine schizophrene Störung in der Bevölkerung, wenn die Schizophrenie zum Beispiel durch eine extreme Paranoia gekennzeichnet ist. Dann kann man sich aber doch vorstellen, wenn man zwar nicht so eine starke Paranoia hat, aber ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen misstrauischer ist, dass das vielleicht auch ein Vorteil in der Evolution war. Das heißt, wir haben so verschiedene evolutionäre Effekte, die auf sozusagen die genetische Ebene einwirken, die durchaus zu gegenläufigen Situationen bezüglich der Mutationen beitragen können. Welche genetischen Faktoren sind jetzt mittlerweile bekannt bei den psychiatrischen Störungen? Und hier sieht man solche, ein Ergebnis einer der größten Studie bis jetzt, die für die Schizophrenenstörung veröffentlicht worden ist. Und hier unten sind die Chromosomen dargestellt und hier sind einzelne Regionen auf den Chromosomen dargestellt. Und hier diese Linie ist das Entscheidende. Alle, die hier unten, also alle Türme, die hier hochkommen, die diese Schwelle überschreiten, das ist ein Genomort, der sicher mit der Erkrankung assoziiert ist und einen Hinweis sozusagen auf einen Beitrag zur Erkrankung liefert. Und wenn man das sieht, dann ist das schon sehr schön hier für diese Erkrankung, weil viele Genorte identifiziert worden sind. Und das ist bei dem Psychiatric Genomics Consortium der Fall gewesen mit der größten Studie, wo man international 34.000 Patienten und 45.000 Kontrollpersonen zusammengeführt hat und damit 108 verschiedene Regionen identifizieren konnte. Und wenn das so schön ist mit so vielen Türmen, dann bezeichnen wir das als Manhattan Plot. Also das wird sozusagen als Manhattan Plot bezeichnet. Bei vielen, also gerade bei dem psychiatrischen Studium, hatte man am Anfang eher einen Bonn Plot. Also da vielleicht dann günstig, wenn man eine Posttour sah, war man schon dankbar, also wenn man einen Genort hatte. Aber das Ziel ist letztendlich, so einen Manhattan Plot zu generieren. Das heißt, ganz viele Regionen im menschlichen Genom, die genomweit signifikante Schwelle überschreiten zu lassen und damit wirklich einen signifikanten Hinweis zu geben. Das heißt, wir sind im Moment in der Situation bei den schizophrenen Störungen, 108 Regionen im menschlichen Genom zu kennen, die eine Rolle bei der Erkrankung spielen. Und das erklärt etwa, diese gesamten sozusagen Loci, die auch noch unterhalb der genomweit signifikanten Schwelle liegen, erklären etwa 27 Prozent der Erkrankungswahrscheinlichkeit. Das heißt doch, in der Summe, auch wenn die einzelnen Loci oder die einzelnen Regionen hier sehr geringe Effekte vermitteln, erklären die Gesamtheit sozusagen der häufigen genetischen Weihern doch einen erheblichen Anteil der Erkrankungswahrscheinlichkeiten. Das hat auch Einfluss darauf, wie ich diese genetische Information hinterher bei der Vorhersage zum Beispiel verwenden kann. Bei der Schizophrenie hatte ich Ihnen aber gesagt, da sind die Reproduktionsraten am geringsten und vielleicht gibt es da auch seltene Weihern. Und da hat man relativ früh durch so eine andere oder durch eine andere Nutzung dieser Technologie, dieser Chips, schon früh solche Kopienzahlvarianten im menschlichen Genom gefunden. Das heißt, so größere Apperationen, die größere Abschnitte des menschlichen Genoms umfassten. Und die hat man in Zusammenhang mit der Schizophrenie bringen können. Und das sind die am stärksten assoziierten Varianten. Das sind Abschnitte sozusagen im menschlichen Genom, die zum Beispiel deletiert sind oder zum Beispiel dupliziert sind. Und die Patientenhäufigkeit ist gering. Auch in der Bevölkerung sind die dann noch mal geringer. Aber die Wahrscheinlichkeit, eine Schizophrenie zu entwickeln, reichte durchaus von 10 bis 60 Prozent. Das heißt, im Einzelfall mit dieser Variante hat man ein Risiko von 60 Prozent, eine Schizophrenie zu entwickeln. Interessant ist, dass wenn man diese chromosomale Apperation, also diese Kopienzahlvariante trägt, hat man auch Risiko für andere somatische Erkrankungen. Und deswegen überlegen wir, und da komme ich dann später zu, ob man das nicht in die Diagnostik auch übernimmt. Wie sieht es bei den bipolaren Störungen aus? Auch hier hat man diese großen Experimente gemacht und hat etwa die Daten auch in dem gleichen Konsortium von 20.000 Patienten und 31.000 Kontrollpersonen zusammengefasst. Und hier hat man 30 Regionen bis jetzt identifizieren können. Etwas weniger als bei der Schizophrenie. Und das ist interessant, weil man dachte am Anfang, als man die ganzen Untersuchungen machte, dass die bipolare Störung die homogenste Störung sei, weil die Manie so ähnlich aussieht. Wenn ein Patient eine manische Phase hat und ein anderer Patient hat eine manische Phase, dann sieht das sehr ähnlich aus. Aber bei den Schizophrenenstörungen kann es sehr unterschiedlich aussehen. Eine Phase einer Erkrankung von einem Patienten zum anderen. Das heißt, die Viehgestaltigkeit ist eigentlich bei den Schizophrenenstörungen größer. Aber es hat sich andersherum erwiesen. Die Schizophrenenstörungen sind auf der molekularen Ebene etwas weniger komplex als die Bipolarstörung. Und dann nochmal im Vergleich zu den Depressionen. Denn bei den Depressionen hat es ganz lange gebraucht, dass man überhaupt die ersten genomweit signifikanten Befunde erzielte. Und das ist auch noch gar nicht veröffentlicht. Das ist noch in dem Vorveröffentlichungsstadium. Also das ist schon abgelegt in der Datenbank, diese Publikation. Deswegen kann ich das Bild hier auch zeigen. Und da brauchte man, müssen Sie sich mal vorstellen, weltweit hat man Datensätze von 130.000 Patienten zusammengeführt. Also diese Größenordnungen. Das sind die größten Experimente, die je in der Psychiatrie gemacht worden sind. Es sind nie größere Experimente gemacht worden. Das sind alles Meilensteine in der biologischen Forschung dieser Erkrankungen. Das heißt, hier sind Daten zusammengeführt worden von 130.000 Patienten und ca. 330.000 Kontrollpersonen. International in einem großen Konsortium. Und dann identifiziert man 44 genomische Regionen. Und es wird mehrere hundert geben, die dazu beitragen. Aber mit den 44 ist man einen wesentlichen Schritt erst mal weiter gegenüber dem Kenntnisstand vorher, die irgendwie mit der Erkrankung zusammenhängen. Und erklärt damit etwa 10% der Erkrankungswahrscheinlichkeit. Was hat die Kenntnis jetzt über die genetischen Faktoren, also über die molekulare Grundlage der genetischen Faktoren, zum Verständnis der biologischen Grundlagen beigetragen? Und da muss man sagen, natürlich bis jetzt nur ganz begrenzt, weil es nicht so schnell geht. Und das Besondere ist auch, dass die meisten genomischen Regionen, die mit Volkskrankheiten assoziiert sind, die liegen gar nicht in den kodierenden Bereichen von Genen. Die haben nämlich subtilere Einflüsse. Die verändern gar nicht eine Proteinstruktur, sondern die Expression eines Proteins. Das heißt, die befinden sich in regulatorischen Abschnitten des menschlichen Genoms. Und das ist auch noch mal schwieriger von dem Nachweis des funktionellen Effekts dann, als wenn ich mitten in einem Gen bin, dann weiß ich in der Regel, was die Mutation vielleicht eine Konsequenz hatte. Wenn man aber dann mal schaut, zum Beispiel die in den Kopienzahlvarianten, die ich Ihnen vorhin gezeigt hatte, die man identifiziert hat, wenn man da mal schaut, die Gene also systematisch anschaut und sieht, was haben die denn für eine Funktion? Und sind die vielleicht gar nicht zufällig irgendwo von ihrer Funktion im Vergleich zu anderen Proteinen verteilt? Dann sieht man zum Beispiel, dass diese Gene impliziert in spezifische synaptische Prozesse sind. Und das ist natürlich ein Ansatzpunkt dann auch für therapeutische Ansätze über das Verständnis dieser Netzwerke. Und wir müssen die Genese sozusagen der Volkskrankheiten auch als eine Genese in Netzwerken sehen. Das einzelne Protein oder Gen spielt nicht die entscheidende Rolle, sondern es kommt darauf an oder es führt dazu, der biologische Prozess, dass die Netzwerke letztendlich verändert sind in ihrer Balance und dann der Krankheitsprozess resultiert. Und bei den schizophrenen Störungen ist dann noch ein besonders Transmittersystem in den Blick gekommen, weil eine Reihe von Genen hier wirklich genomenweit signifikant assoziiert sind. Und das ist das System der Glutamatergen-Neurotransmission. Das ist also ein bestimmter Neurotransmitter, nämlich Glutamat, der hier offensichtlich bei der Entwicklung der Erkrankung eine Rolle spielt. Was auch interessant ist, was man bislang eigentlich kaum in den Blick genommen hatte, die Befunde bei den schizophrenen Störungen weisen auch darauf hin, dass immunologische Faktoren eine Rolle spielen. Die stärkste genomische Region, die am stärksten assoziiert ist, ist eine Region, die bei immunologischen Prozessen eine zentrale Bedeutung hat. Das ist die MHC-Region. Diese Region taucht immer auf bei Erkrankungen, die eine starke immunologische Komponente haben. Das heißt, wir haben es hier offensichtlich mit einer Erkrankung zu tun, wo die Immunologie auch eine große Rolle spielt. Diese Region taucht auch etwas niedriger bei der Depression auf. Und wenn wir das hier sehen, wenn man anschaut, sozusagen die gesamten genomischen Regionen, wo sind die überrepräsentiert, dann auch in welchen Zellen, sozusagen die dort exprimierten Gene, dann sieht man natürlich das Gehirn hier oben. Das sind sozusagen Expressionsdaten aus dem Gehirn. Da sieht man, dass die natürlich ganz stark im Gehirn exprimiert sind, aber auch hier in diesen entsprechenden Zellen des Immunsystems. Also das Immunsystem spielt bei schizophrenen Störungen offensichtlich doch eine ganz starke Rolle. Lassen sich auf Basis der biologischen Grundlagen neue Medikamente entwickeln? Das ist natürlich das Ziel dieser Forschung, dass man natürlich über die Kenntnis der Biologie, dann auch über die systematische Kenntnis der Biologie, neue Medikamente entwickeln möchte. Da muss man eins sagen, dass natürlich die Entwicklung von Medikamenten nicht in ein, zwei Jahren stattfindet. Die hatten einen enorm langen Vorlauf und zu erwarten, dass die Erkenntnisse, die jetzt zwei, drei Jahre alt sind oder ganz neu sind, schon zur Entwicklung von Medikamenten geführt haben, wäre einfach falsch. Das kann nicht passieren. Aber es ist ganz klar, dass natürlich Medikamente sich am besten entwickeln lassen, wenn man die Ursachen von Krankheiten kennt. Und jetzt hat man erstmals durch diese Untersuchung einen systematischen Blick auf die Ursachen. Aber man kann zeigen, dass dieser Ansatz, der genetische Ansatz, Medikamentenangriffspunkte definiert und identifiziert, indem man nämlich mal guckt, zum Beispiel bei der Schizophrenie, welcher Angriffspunkt der Antipsychotika, den wir kennen, taucht der bei den Untersuchungen auf. Und da ist eigentlich unter den verschiedenen Rezeptoren, zum Beispiel der Dopamin-D2-Rezeptor, einer der Dopamin-Rezeptoren, ist ein zentraler Angriffspunkt aller Antipsychotika. Und wenn man dann sieht, sieht man, dass genau dieses Gen auch hier rauskommt. Und das ist bei allen Volkskrankheiten so. Sie sehen genau in den genetischen Befunden auch die Angriffspunkte der Medikamente hochkommen. Und das ist immer das Proof of Principle. Sie identifizieren mit diesen Methoden Drug Targets, neue, aber auch die bekannten. Wie versucht man natürlich zukünftig Medikamente, wo sollen die angreifen, wie versucht man die zu entwickeln? Und da ist ganz klar, dass natürlich heute die Medikamente im Wesentlichen angreifen an Prozessen, die nach dem Erkrankungsbeginn, sozusagen nach dem Beginn der Erkrankung, eingreifen. Aber das Ziel natürlich der Entwicklung neuer Medikamente ist, auch hier schon früher einzugreifen. Zum Beispiel bei Patienten mit Schizophrenenstörungen weiß man, dass die vor Beginn der schweren Erkrankung, also in dem Moment, wo sie die Kriterien einer Schizophrenenstörung erfüllen, dass die schon häufig Jahre einer Prodromalphase hatten. Das heißt, wo Symptome auch schon sichtbar waren, aber die waren noch nicht so schwer, dass sie die Kriterien der Erkrankung erfüllen. Und in dieser Prodromalphase nimmt man an, kann man natürlich sehr viel effizienter noch in Krankheitsprozesse eingreifen. Und deswegen ist das Ziel natürlich der Entwicklung von Medikamenten in der Zukunft, bei den Schizophrenenstörungen dann auch frühzeitig eingreifen zu können in die Krankheitsprozesse. Und wir sehen hier eigentlich die Krankheitsprozesse, die verschiedenen biologischen, also übersichtlich dargestellt. Und die beginnen schon früh. Die beginnen auch möglicherweise schon vorgeburtlich. Denn wir wissen als Umgebungsfaktoren, als Risikofaktoren, zum Beispiel bei den schizophrenen Erkrankungen, sind Geburtskomplikationen, Geburt im Frühjahr, ganz geringe relative Risiken, aber doch ist das damit assoziiert. Und man vermutet zum Beispiel, diesen Effekt von den Jahreszeiten darauf zurückzuführen zu können, dass einfach Erkrankungen, also Infektionen der Mutter in der Schwangerschaft unterschiedlich häufig, je nach Jahreszeit auftreten. Und dass die schon das sich entwickelnde Kind sozusagen und das entwickelnde Gehirn beeinflussen und wenn dann ungünstiger Einfluss vorhanden ist, es eher dann auch zu einer Erkrankung später kommt. Sorry, jetzt ist das nochmal hier runter. Kann man mit diesen genetischen Befunden eine genetische Diagnostik bei den Patienten anbieten? Und das hatte ich schon erwähnt, diese Kopienzahlvarianten, da überlegen wir derzeit, ob man die einführen kann in die genetische Diagnostik, denn uns fragen viele, und zu uns kommen viele Patienten und Familien und möchten eigentlich eine genetische Diagnostik haben. Wir sind da sehr vorsichtig, weil man muss dafür auch Standards entwickeln. Und man muss auch klar zeigen, dass die Patienten davon profitieren. Aber was sicherlich die Kandidaten dafür sind, sind diese Kopienzahlvarianten. Allerdings, wie ich sagte, die Indikationskriterien sind bisher nicht etabliert. Was ist denn der Vorteil für die Patienten? Oder könnte der Vorteil für die Patienten sein, könnte eine angepasste klinische Versorgung unter Berücksichtigung der psychiatrischen und somatischen Komorbiditäten, das heißt, die Patienten, die so eine Kopienzahlvariante, zum Beispiel eine Deletion in einer bestimmten Region tragen, die haben, wie ich sagte, auch erhöhte Risiken für andere Störungen, zum Beispiel für eine Herzerkrankung. Und dann weiß man, wenn man den Patienten damit diagnostiziert hat, dass er diese Variante trägt, dann muss der zum Beispiel regelmäßig zu einem anderen Facharzt auch noch gehen und betreut werden. Das heißt, wenn es solche praktischen Konsequenzen hat, dass eine angepasste klinische Versorgung aus der Diagnostik resultiert, dann macht es auch Sinn, diese Diagnostik zu machen. Jetzt kann ich aber nicht gleich im ersten Schritt sozusagen alle Patienten molekulargenetisch durchuntersuchen. Ich muss da auch überlegen, ob es nicht bestimmte Patientengruppen gibt, die eher solch einen, sagen wir mal, schwereren genetischen Defekt haben. Und was man zeigen konnte, ist, wenn zum Beispiel Prämorbid, also vor Beginn der Erkrankung, kognitive Defizite bei den Patienten vorhanden sind, dann ist es wahrscheinlicher, dass solch ein CNV beobachtet wird, auch wenn körperliche Auffälligkeiten vorhanden sind, also Fehlbildungen zusätzlich, auch Dysmorphin, also ein auffälliges Gesicht und die Schizophrenie, dann würde man auch eher diese Diagnostik machen. Krankheitsbeginn in der Kindheit ist auch ein Hinweis darauf oder viele betroffene Familienmitglieder. Das wären so Hinweise darauf. Es ist gerade von einer Mitarbeiterin von mir so ein europäisches Projekt initiiert worden, wo man in Europa sich bemüht, die Kriterien zu etablieren, um diese Möglichkeiten der Diagnostik, also um neue molekulargenetische Möglichkeiten der Diagnostik bei psychiatrischen Erkrankungen zu etablieren, bezogen auf die Charakterisierung dieser Kopienzahlvarianten. Und da geht es genau darum, dass man empirisch natürlich belegt, dass es einen Vorteil für die Patienten hat, dann zum Beispiel in Diagnostik bei bestimmten Patienten vornehmen kann. Lässt sich die genetische Information auch zur Voraussage einer späteren Erkrankung einsetzen? Und da war man am Anfang ganz skeptisch, weil man nur diese häufigen Varianten identifiziert hatte oder hauptsächlich diese häufigen Varianten identifiziert hatte und sagte, die einzelnen Effekte, die relativen Risiken dieser Varianten sind so gering, das erhöht das Risiko doch kaum. Und da hat man seit ein paar Jahren geschafft, diese Information in Scores zu integrieren. Das heißt summatorisch über das ganze Genom die Information zu integrieren und in einem Risikoscore sozusagen aufzunehmen. Und dann sieht es schon ganz anders aus. Wenn man dann zum Beispiel die Personen einfach in der allgemeinen Bevölkerung mal nach dem kumulativen Score aufteilt, Menschen, die ganz viele Risikovarianten tragen, vergleicht mit Menschen, die kaum Risikovarianten tragen, dann ergibt sich doch ein signifikant unterschiedliches Risiko. Und das ist aus der ersten Studie, die damit gemacht worden ist, 2014 in Nature, damals publiziert worden. Sorry, da ist ein Vier weggefallen. Dann sieht man, dass das Risiko für eine schizophrene Störung, wenn man alle sozusagen häufigen Varianten zusammen betrachtet, von 1% Risiko in der Allgemeinbevölkerung doch auf 15% hoch geht. Und das war 2014 der Fall. Jetzt gibt es noch sehr viel mehr Informationen aus den großen Studien, sodass die Vorhersagekraft sich auch weiter erhöhen wird. Das heißt, man wird dann schon sehr viel sicherer sagen können, immer noch nicht sicher, aber mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sagen können, dass jemand später an einer schizophrenen Störung erkrankt. Und hier ist man ja schon, wenn man so ein Risiko von 20% hat, da ist man an sich schon in einem Bereich, wo man auch heute überlegt, in Familien, zum Beispiel bei den Kindern, die ein Risiko von 10% haben, da zum Beispiel die Kinder genau anzuschauen und Hochrisikosituationen frühzeitig zu identifizieren, nämlich prämorbide Störungen zum Beispiel frühzeitig zu identifizieren, um dann früh auch entsprechende therapeutische Angebote bereitstellen zu können. Und hier sehen wir diese CNVs, das hatten wir vorhin schon gesehen, das Bild nochmal hier, da ist das Risiko nochmal sehr viel größer, wenn man da jemanden identifiziert, der diese Deletion trägt, hat der ein Risiko von 60% im Laufe des Lebens, an einer Schizophrenie zu erkranken. Wie verwandt sind jetzt unterschiedlich psychiatrische Erkrankungen? Ich hatte jetzt eigentlich nur erwähnt, sozusagen die genetischen Beiträge der Erkrankungen getrennt, als wenn die Schizophrenenstörungen nichts zu tun hätten bezüglich ihrer Gene mit den bipolaren Störungen oder Depressionen. Das sieht ganz anders aus. Die sind extrem verwandt, das heißt, es gibt erhebliche Überlappungen und das sieht man sehr schön hier an diesem Bild. Das sind hier, ist die bipolare Störung, die bipolaren Störungen, die schizophrenen Störungen und die Depression. Das sind die Höhen, die drücken aus, die Erblichkeit, die mit diesen durch häufige Varianten im menschlichen Genom bedingt ist. Hier sieht man bei bipolaren und schizophrenen sozusagen die Erblichkeit und bei der Depression unterscheidet sich hier gar nicht so stark, bei der Depression trotzdem am geringsten. und dann sieht man den Anteil, der überlappend ist zwischen den Erkrankungen. Wenn man dann sieht, dass zwischen der Schizophrenie und der bipolaren Störung, dann wird diesen Anteil der Erblichkeit im Vergleich zu der Erblichkeit bei den beiden Störungen, der ist gemeinsam zwischen den beiden Krankheiten. Das heißt, die Erkrankungen sind weitgehend überlappend von ihren genetischen Ursachen. Und hier ist das Verhältnis von bipolarer Störung zu depressiven Störungen und von den schizophrenen Störungen auch zu depressiven Störungen. Die depressiven Störungen sind sicherlich die unspezifischsten Störungen unter den psychiatrischen Erkrankungen. Wir haben also weitgehende Überlappungen zwischen den Erkrankungen. Das heißt, das sieht man ja auch heute, dass natürlich auch, oder das hat man schon immer gesehen, dass man gewisse Symptome auch über die diagnostischen Kategorien hinaus beobachtet. Also affektive Symptome zum Beispiel sieht man natürlich auch bei Schizophrenen Störungen und bei einer Depression oder bei einer bipolaren Störung. Und vielleicht kann man sich die Erkrankung ein bisschen so vorstellen, Entschuldigung, das DIA habe ich nicht mehr geschafft, ins Deutsche sozusagen zu übersetzen. Letztendlich ist es sicherlich, das ist natürlich nur eine Betrachtungsweise. Man kann diese Betrachtung sozusagen in verschiedener Weise auffächern oder das Verhältnis der Erkrankung zueinander. Das ist nur eine Art, das aufzufächern. Das sind die mentalen Retardierungen, die Intelligenzminderungen. Dann haben wir den Autismus, Autismus-Spektrum-Erkrankungen. Da sind immer noch sehr viele Gene überlappend mit den schizophrenen Störungen. Dann mit den schizoaffektiven Erkrankungen. Das ist noch eine Kategorie, die hatte ich gar nicht erwähnt. Das ist so eine Kategorie, die man in der Psychiatrie hat, die so einen Übergang kennt. Die hat man dann nochmal getrennt betrachtet, die also sowohl durch schizophrene Symptome als auch durch affektive Symptome gekennzeichnet ist. Und dann hier die bipolare Störung. Bei diesen Erkrankungen dominieren hier am stärksten bei der mentalen Retardierungen natürlich kognitive Einschränkungen. Dann kommt es hier im Verlauf sozusagen des Übergangs dieser Erkrankung zu mehr Negativsymptomen und dann immer mehr hier zu Positivsymptomen. Und hier bei der bipolaren Störung steht natürlich der Affekt im Vordergrund. Aber letztendlich sind das alles Übergänge zwischen diesen Erkrankungen mit unterschiedlichen relativen Beiträgen. Und man sieht hier, dass natürlich auch die psychosozialen Risikofaktoren wahrscheinlich bei den affektiven Störungen am größten sind und bei den Intelligenzminderungen am geringsten. Dass die CNVs bei den Intelligenzminderungen die größte Rolle spielen und bei den bipolaren Störungen die geringste Rolle spielen, auch mit vergleichartig verhält es sich mit entsprechenden schweren Mutationen. Die sind hier eigentlich in derselben Klasse wie die Kopienzahl bei. Das heißt, wir haben es bei den psychiatrischen Störungen doch mit einem Kontinuum von Störungen zu tun. Es kommt immer bei der einzelnen Erkrankung auf den relativen Beitrag der einzelnen Faktoren an. Wie ist der Ausblick für diese Art von Forschung und damit auch für die Patienten? Was man sicherlich benötigt, um die Biologie in ihrer Vollständigkeit auch beschreiben zu können, dass die Kollektive weiter vergrößert werden. Da ist man international, bemüht man sich stark. Und es werden noch ganz andere Zahlen von Genen für diese Erkrankung zukünftig berichtet werden. Man erwartet für diese Erkrankung mehrere hundert Gene, die dabei eine Rolle spielen. Die werden dann auch in den nächsten Jahren systematisch identifiziert werden. Entweder durch diese chipbasierten Untersuchungen oder in der längeren Perspektive auch durch die Genomsequenzierung. Was bei diesem Verständnis dieser Netzwerke der beteiligten biologischen Faktoren immer eine größere Rolle spielt, sind bioinformatische Methoden beziehungsweise Methoden der Systembiologie, wo man diese Faktoren in funktionelle Zusammenhänge ordnet. Und das ist natürlich auch nur vielleicht ein Moment in einer Zelle und da ist auch noch eine zeitliche Dimension hinterlegt, in der sich das Ganze dann abspielt. Und worüber ich überhaupt nicht gesprochen habe, ist über das komplizierte Gebiet, was nur im Ansatz bislang adressiert ist, von Gen-Gen-Interaktion. Wie verhalten sich Gen-Genetische Risiken zu genetischen Risiken an anderen Orten? Also eine Variante zur Variante am anderen Ort. Gen-Gen-Interaktion oder Gen-Umwelt-Interaktion. Das verlangt dann auch noch mal komplexere Herangehensweise, auch von den statistischen Verfahren. Aber das wird sicherlich in Zukunft auch noch sehr systematisch und großflächig adressiert werden. Und die Funktion, die Ebene zwischen der Genetik und dem Symptom wird natürlich systematisch erschlossen durch funktionelle Untersuchungen. Und da kann man sich vielfältige vorstellen, bis hin zu Bildgebungsverfahren. Das machen wir sehr intensiv zum Beispiel, dass wir Patienten untersuchen, an denen Daten über die Gehirnfunktionen in vivo gewonnen wurden. Und wir dann die genetischen Daten dazu in Bezug setzen, um zu sehen, was macht denn eine bestimmte genetische Variante in Bezug auf eine spezielle Funktion des Gehirns beim lebenden Patienten. Aber es geht dann natürlich auch in Modellorganismen hinein, dass man dann untersucht, was diese Gene zum Beispiel bei der Maus oder bei induzierten Stammzellen zum Beispiel bewirken. Ich möchte am Ende ganz kurz das Team hier am Institut für Humangenetik von den Arbeitsgruppenleitern her erwähnen. Das ist Frau Dr. Degenhardt. Frau Dr. Degenhardt ist Arbeitsgruppenleiterin der Arbeitsgruppe zu den schizophrenen Störungen und engagiert insbesondere auch in der Translation der genetischen Befunde in die klinische Praxis hinein. Also sie betreut das Projekt, auch das europäische oder leitet das europäische Projekt zu der Frage, wann wird mit welchen Kriterien die genetische Diagnostik im klinischen Alltag etabliert werden. Dann Herr Dr. Forstner, der ist Arbeitsgruppenleiter der Arbeitsgruppe zu den affektiven Störungen. Und hier sind langjährige Kooperationspartner dargestellt. Frau Prof. Riechel, die ursprünglich auch mal bei uns in der Humangenetik war, dann in die Psychiatrie gegangen ist und Professor am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Sven Zichhorn, ein Mitarbeiter, mein erster Doktorand, der mittlerweile der Lehrstuhlinhaber an der medizinischen Genetik des Universitätsspitals Basel ist, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Und mein Lehrer, den ich unglaublich schätze und der zu früh gestorben ist, Professor Propping, der auch mein Vorgänger hier am Institut für Humangenetik war, auch ein sehr bekannter Humangenetiker, der 2016 leider verstorben ist. Und insbesondere möchte ich am Ende den Förderern dieser Forschung danken. Wir werden seit vielen Jahren sowohl der DFG als auch vom BMBF gefördert. Bei der DFG im Moment zur Analyse der psychiatrischen Erkrankung im Rahmen der Forschergruppe, die aus Marburg koordiniert wird. Und beim BMBF durch ein großes Programm, was die Systemmedizin in Deutschland etablieren will, wo ich eigentlich das einzige Konsortium in diesem Bereich koordiniere, was sich mit psychiatrischen Erkrankungen beschäftigt. Ja, das zum Schluss. Ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas mehr Einsicht vermitteln in die Genetik der psychiatrischen Störungen und freue mich jetzt auf die Diskussion.